Bayern soll bayerisch bleiben. Das ist der Titel dieses Antrags der AfD. Jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet das denn? Was bedeutet denn überhaupt bayerisch? Die Geschichtswissenschaft führt uns da zurück zu den Bayou-Waren. Und die Bayou-Waren waren, und jetzt müssen sie sehr tapfer sein, sehr geehrte Kollegen von der AfD, das Produkt einer multikulturellen Verschmelzung. Keltischer Urbevölkerung, elb- und ostgermanischer Kleinstämme, alemannischer, fränkischer, thüringischer, ostgotischer und langobardischer Flüchtlinge, ansässiger Römer, sowie im Dienst der Römer stehen da selten alle Herren Länder. Sie sehen also, meine Damen und Herren, Bayern ist seit jeher ein Melting Pot. Und das, meine Damen und Herren, waren jetzt nur die Vorfahren der Altbayern. Die Stammbäume der Franken und Schwaben dürfen Sie gerne selber recherchieren. Bayern ist seit jeher eine ziemlich bunte Angelegenheit. Und meine Damen und Herren, wer seine bayerische Heimat wirklich liebt, der schützt sie und der schützt sie auch vor Hass, Hetze und Fremdenfeindlichkeit. Vielen Dank.